Ja Leute, was geht? Ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesem neuen Video. Ich hab's endlich geschafft, Leute. 13 Kill. Also ich hab einfach für heute kein Video, weil ich gerade auf dem Fernsehdrehen bin und dachte, ich wäre das doch ganz nice, das zu bringen, oder? Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen da oben, dann nutzt auf jeden Fall meinen... Nutzt auf jeden Fall meinen Creator Code, ich würde mich sehr darüber freuen. Und morgen geht's dann ganz normal weiter mit anderen Videos. Heute Abend kommt auch noch was, morgen wird er wieder gestreamt. Ich küsse eure Augen, wir sehen uns dann jetzt. Ganz viel Spaß bei dem Video. Creator Code, Revinzeit. Daumen hoch da lassen. Kommentar, super. Schaffst du Hundehütte in der Ecke? Ja, sollte ich gerade so schaffen, also unten. Landet aber noch so ein Try-Hard-Sgin, ich weiß nicht, was ist das, Digga? Ja, unten rein müsste passen. Ich hab ne Pump. Digga. Töt ihn, töt ihn. Da steht noch ein Lama hier. Kannst mal aufmachen, ich brauch auf jeden Fall Dingens, die Muni. Da kommt jemand. Leute, meine Maustasten gehen nicht. Oh mein Gott. Ja, was ist los mit ihm? Minus 95. Oh mein Gott, Bruder, warum? Hier ist noch ein Backshake. Ja, keine Ahnung, damit du nicht stirbst. Oh mein Gott, der lasert mich. Komm, 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 komm. Der läuft draußen auf der Straße rum, unten. Ich down, Alter, oh mein Gott. Kannst du mich da ganz was einbauen, Bruder? Jetzt baust du mich ein. Da kommen welche. Ich trage kurz den Big Shield. Boah, der ein Scheißlück, der H***er. Wo sind die hin? Da hinter uns. Warte, lass ich mich. Lass ich mich. Er ist lost. Schieß mal kaputt, was er da gebaut hat. Ja, ich lasse. Kann ich die Heavy Pump haben? Irgendwas ist mit meiner Maus. Gerade mad broke. Can't tell what. But something ain't right here. Da hinten, Gegner. Bei blau. Jetzt da. Bis jetzt habe ich ihn nur alleine gesehen. Wollen wir jumpen? Da, sein T-Mail kommt dahinter. Sein T-Mail kommt dahinter. Die fighten, die fighten, die fighten. Yes. Willst du drauf gehen? Wenn ich treppen würde, würde ich das tun. Die Legs sind so real, Digga. Mein down. Der andere steppt unter mir. Er kommt runter. Hab ihn. Boah, schön, Revi. Läuft. Ist ja nicht ein Heavy-Sniperrad gewesen? All um? Ja, einer hat hier eine. Stark. Jetzt musst du aber Raketen haben, oder? Da landen welche auf uns. Ist so? Sind oben drauf. Wollen wir kurz riften und einen Tie-Ground nehmen? Ja, komm. Wo bist denn du? Komm her, hinter dir. Hä? Ah, da. Lass mal richtig, lass mal richtig tiltet. Auf dem Gebäude landen, oder was? Ja, ja. Ja, sind immer noch auf dem Gebäude. Komm, rüber da. Ganz oben landen, ne? Zieh den gerade hoch. Hast du redeployed? Weiter down. Junge, was geht denn gerade ab bei dir? Hab ich jetzt eben eigentlich hier die... Ah, ich bin so dumm, Digga. Boah, ich hab mich so im Auge gejuckt, Alter. Mein Auge ist komplett rot, wa? Jetzt rechts. Da ist tatsächlich eins da hinten. Da landet jemand, da landet jemand. Genau auf dem Lama. Vor uns, vor uns, vor uns. Siehst du die zwei? Einer von den beiden richtig gut kassiert, auf jeden Fall. Einer hat minus 27. Einer hat minus 77 oder sowas. Oder ist das halt... Okay, die snipen. Boah, hat der ein Glück, Alter. Na komm, piek mich doch, du wilde... Einer genockt. Okay, ich push die Lama. Linke Seite. Er läuft doch unten irgendwo rum. Hab ihn. Da muss ich aber jetzt nochmal killmäßig ganz schnell los. Du hast aber gerade so richtig Bock, oder? Ich hab gerade richtig Bock. Man müsste bei deinen Videos nicht so gut. Ich hab absolut keine Ahnung, Mann. Wie kills hast du? Zwei? Ja. Ganz am Anfang zwei gemacht und seitdem auch nie wieder irgendwas... Ja. Ich lass dir die Kills natürlich. Natürlich, klar. Steht auch in dem Vertrag. Ja, da haben wir ja... Da haben wir ja ausge... Ich hab mal geredet, das stimmt schon. Ja, lol, Digga. Deshalb muss ich meine Maustasten nochmal umbelegen, vielleicht, maybe. Hinten da wird gebaut. Ja, du machst das mit deiner Sniper. Ich chill hier, ne? Ich will die einfach nur abschicken, Digga. Meinst du hier im Redip-Fall? Ja, okay. Ich spring schon runter. Ich glaub, das nächste Mal, wenn ich mit dir spiel, dann nehm ich auch immer eine Sniper mit. Ich fühl mich so ein bisschen nutzlos. Sniper ist so wichtig, Digga. Ja, er kann ich eigentlich schon fast liegen lassen in Publix, aber... Na, auf keinen Fall. Über uns. Ein Hits. Zwei Hits. Nice. Kannst du oben auch schießen, den, ne? Ich hab eine Rakete. Ich könnte reinschießen, aber... Boah, Digga. Ich hab noch Raketen, komm mal her. Da ist der Mate jetzt auch. Guck grad mal, dass hier unten niemand ist. Das ist ja der Fass wie ein F***ing Grimm, was sie hier gerade machen mit den Bauten da oben auf dem Berg, ey. Irgendwas schießt. Let's f***ing go, Digga. Rift, Rift. Warum? Er ist tot, Digga. Ich hab ihn gekillt. Ach so, sag doch was. Ah, ich frag dich extra. Egal, wir müssen eh da rüber. Off! Ja, dann kannst du wenigstens nur looten. Dann mal Raketen. Hier landet noch jemand, Bruder. Obacht. Oh mein Gott, ich hab meine Skow liegen lassen, Bruder. Hier oben liegt einer. Hier, hier. Nee, ich hab die, glaub ich... Goldene? Ja, von hier hat mich, glaub ich, jemand beschossen. Ja, klar. Wo ich markiert hab. Wir sind noch nicht in der Zone, ne? Also da, wo ich markiert hab und da, wo du drauf geschossen hast, jeweils einer mit einer Sniper. 150er Hit. Sauber, Digga. Oh mein Gott. Von hier vorne rechts noch irgendwo? Ja, enttiltet noch einer. Wo denn? Weiß nicht genau wo. Ich glaub hier. Digga, das ist grad wie ein Mainz und Moor hier, Alter, für mich. Hatte der einen Sniper, den du getötet hast? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Gucken zwei Leute auf dich, also... Guck mal, der da hinten, der da hinten, der da hinten. Ja, ja. Der hinter dieser einen Wand sitzt. Hinter dieser einen Wand, hinter dieser einer Wand. Scheiße, Alter. Oh, er hat eine zweite Wand. Und ich hab drüber geschossen. Äh, die anderen sind jetzt gerade bei dem Airdrop. Unten rechts, Richtung 300. Lootet er ganz gemütlich offen den Airdrop. Boah, Bruder, ist mir jetzt so ein bisschen... Ey, Digga, block mich mal nicht weg, bitte hier. Der andere guckt auch auf dich, Vorsicht. Der ist da. Ja, da schleicht er am Berg. Und warte mal, baue mal hier zu und snipe den mal da unten lieber weg. Den kannst du easy wegsnipen. Oh, der wurde geholt, der wurde geholt. Okay. Oh, Mann, Digga, warum baust du? Ich hab nicht gebaut, ich hab das abgebaut. Egal, die müssen zu uns kommen. Beide 150er-Hit bekommen, Alter. Geht er jetzt rüber? Ne, 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 Bruder, wir müssen doch gar nicht da rüber. Wir müssen doch gar nicht... Aber guck mal, wir sind noch Zone, Bruder, wir sind noch Zähne. Ja, aber da ist der einzige High Ground, natürliche High Ground. Ach, das meinst du, du warst da rüber? Ich dachte, du wolltest für den anderen Gegnern rüber. Ne, ne. Die fighten da oben noch. Jetzt snipe ich auch mit. Oh, Digga, das schmeckt mir alles. Das schmeckt mir so gut, Junge. Wie viele Kills hast du? 11. Minus 30. Minus 30. Keinen Hit von mir bekommen, würd ich so. Hinter mir. Klaus bei mir. Klaus bei mir, ne? Hier unten enthiltet. Ja, die haben sich unten eingebaut in der Tiefgarage, weißt du? Aber hier hinter uns war doch safe auch noch was, oder? Hast du nicht noch das Raketenwerfer-Ding? Ja, hab ich. Der ist noch immer jetzt da. Müssen los, hast du einen Rift oder sowas? Gar nichts. Unter uns noch, unter uns noch, Bruder. Lass uns hier rüber, oder? Ne, 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 Digga, das ist uns safe. Ich hab zu wenig zu bauen, Digga, ja. Komm mal lieber runter. Ach, das ist so richtig kacke, jetzt die Rotation. Komm mal her. Einer noch da bei mir. Hatte der irgendwas, Jumphead oder so? Gar nichts. Äh, hier steppt noch irgendwas close bei mir. Ich weiß, komm. Wir müssen trotzdem weiter, Bruder. Der läuft hinter uns. Der wird safe an der Zone sterben, glaube ich. Hier vorne links jetzt noch von uns. Der passt hinter uns auch. Minus 70. Das ist ultra low. Das ist der letzte, ne? Das ist der letzte. Der muss auf jeden Fall da rauskommen jetzt. Ich hab ja nichts mehr getroffen. 13 Kills, Leute. 14 der Bombe leider nicht über 13 Kills. Ist da. Ja, sorry, dass ich die zwei geklaut hab. Alles gut. Wir haben damals besprochen. Alles entspannt. Hey, alles entspannt, Bruder. Alles entspannt. Ey, du bist so schlecht in Verhandlung. Dein Maul, Alter. Let's go, yo. Alles ab vorher und dann haut er so eine Runde raus. Ey, das ist halt das Ding. Wenn ich die ganze Zeit genervt werde, Digga, da geht doch mal sowas, Alter. Ja, Props an Mo an dieser Stelle. Was ist das für ein Tanz? Was? Guck mal, das ist auch wieder so einer, wo du dich bei bewegen kannst. WTF, Alter. Da auf jeden Fall ist mein Applaus. Ja, komm, eine Runde geht noch, Mann. Eine Runde geht. Wobei, eigentlich sollte man aufhören, wenn das schönste ist, Leute. So, das war's für dieses wunderschöne Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich bin einfach der krasseste Fortnite-Spieler der Welt. Also, wenn ihr das genauso seht, dann nutzt ihr einfach den Creator-Code, im Item-Shop. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und da würde ich auf jeden Fall auch hingehen, das Auge des Einzelnen jeweils mit meiner Zunge küssen und bearbeiten. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Folgt mir, wenn du da am Twitter-Pipapo. Ach, Leute, es reicht mir jetzt in diesem Sinne. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ich bin damit raus. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön fürs Zusehen. Meine Freunde, was geht? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt mittlerweile einen Zweitkanal für Stream-Highlights, Reactions, Realtalk und sonstigen Kram, den ihr auf Twitch eigentlich exklusiv rausballert. Checkt auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung und folgt auf jeden Fall bei diesem wunderbaren Twitch-Highlight-Kanal rein, meine Freunde. Folgt mir ebenso auf Twitch. Alle Links sind natürlich in der Videobeschreibung, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde mich extrem freuen, wenn ihr meinem Zweitkanal auf jeden Fall ein Abo schenkt. Lasst uns bei der Revi-Gang ganz schnell die 100k voll machen und jetzt ganz viel Spaß.